Hallo, wir schicken euch eine ganz, ganz liebe Grüße hier aus dem Werk 7 in München. Und zwar haben wir gerade Tosi Park gespielt, eine wunderbare, lustige Karaoke-Komödie. Ja, und wenn ihr wollt, kommt gerne vorbei, wir spielen immer mittwochs bis sonntags, 19.30 Uhr. Sonntags 18.30 Uhr, ja, genau. Und der Ruhelvogel bis zum 7. November. Also kommt vorbei, es lohnt sich. Ja, alles dabei. Kommt ins Parkhaus. Tschüss. Tschüss. Wird ihr sich ganz sicher, dass es ein Passat war? Vielleicht war es ja auch ein VW oder so. Ihr redet alle ganz furchtbar gern, wie der Job sein musste, damit er euch mehr erfüllt, oder wie die Kinder sein müssten, damit ihr euch weniger den letzten Nerv rauben, oder wie ein Mann sein müsstet, damit ihr eure Bündungsängste überwindet und nicht vorallt dastehen lasst. Du hast 800 Euro verwickelt. Aber 23? 24? Mittlerweile, nicht wie die nur noch den Anker, Anker, in der Weiterschaft, jede Frau runterzuziehen. Das war ja mega-professionell. Also, sie haben mir gerade dermaßen imprägniert. Und dann, sie sagen, Das war ja genau, ganz wichtig. Mach fün blueprint. pointed Du aber nach Hörst die Scholes war ja sehr schön. Wie hast du noch eine美國-deci-Sachstum плохо verbrengst. Tussi-Pakt! Tussi-Pakt! Und Autor vom Stück ist er heute da, von Christian Grün! Wir hoffen, dass wir hier auf uns sind. Wir schauen uns, dass es absoluter Wahnsinn hat. Es hat uns mega viel Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr habt es gemerkt. Es ist so Wahnsinn, wir sind das erste Mal im Ausland. Und die haben uns wirklich was gemacht. Und da habe ich ein bisschen wesentliches Publikum. Ihr seht mir wirklich so ans Herzle. Es ist so schön, dass ihr da seid. Gerade in der Zeit ist das so. So, hier können wir gerne machen. Macht doch mal Fotos. Holt sie raus, die Handys. Macht Fotos, Videos. Also ich fand den Tussi-Pakt richtig witzig. Sehr überraschend. Und vor allen Dingen lustige Kostüme. Also ich bin immer noch am Lachen. Hast du dich voll weggeschmissen? Ja, also ich habe mich ab und zu echt voll weggeschmissen. Ab und zu muss man aber auch weggucken. Weil das ist manchmal sehr krass, was da läuft. Wir brauchen so ganz viel zu tun. Und dann haben wir noch mal ein paar Schlagze. Jetzt sind wir noch ein paar Schmerzen. Und wenn wir noch einmal in den Hals gehen, Es war ja auch immer ein bisschen zu trinken. Und dann können wir ja auch immer ein paar Müllchen. Es war eben auch ein bisschen zu tun. Vielen Dank.